Musa, du pass auf, wir brauchen jetzt dringend ein Video. Vielleicht könnt ihr jetzt noch mal gucken, weil es wirklich Zeit hat. Also wir müssen jetzt nachlegen. Content, immer Hollywood bitte. Dass du jetzt mit Peter da mal einfach noch mal richtig Gast bist. Also wenn er jetzt und wenn du da sich da noch mal reinhängen. Wir müssen da wirklich jetzt abliefern und schnell, schnell, schnell. Muss geil werden. Tschüss. Peter! Kannst du wieder zurückbauen? Geht weiter. Kannst du lichten? Ja. So? Okay. Darf ich? Mal gucken, ob das von der Höhe passt oder so. Geht es? Ich kam im tiefsten Winter zur Welt. Hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollt einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan, du musst jetzt was lernen. Der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 15 hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab. Alle fanden, ich hätte Talent. Und gaben mir Rollen, wie's Programm nicht mal nennt. Doch der Star wurde krank, das war mir genügend. Und dann hat mich einer vom Föhn gesehen. Von nun an ging's bergab. Mal war ich die brave, mal war ich der Wind. Mal war ich im Nerzen, mal ganz ohne Hemd. Amerika sprach, es sei ohne mich arm. Und ich hatte Mitleid und folgte dem Alarm. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich berühmt, war Hilde im Glück. Kam freudig erregt in die Heimat zurück. Bekam einen Preis und wurde verwöhnt. Doch nach einer Pleite, da war ich verpönt. Von nun an ging's bergab. Erst war ich beleidigt, dann war ich verstört. Doch dann hat mich einer aus dem Gehör. Ich hab ihn gebarnt, doch er sagte, ich muss. Und damit begann der neue Verbruss. Es war nicht meine Schuld. Ich bitte um Geduld. Geil! Genauso machen wir's. Achso, hier, Gitarrebrust. Geil. Lass drehen! Hier ist Feuerlöscher noch. Mann, geil! So, jetzt komm mal. So, hier. So, jetzt mal zwei Sachen drauf, schlafen ich da. Stücken und so. Da hab ich mal schon mal her, da вот hier.